Hallihallo, ich stehe hier mit dem Max von Max Green vor der Arche, vor dem Kinder- und Jugendhilfswerk. Und heute ist hier der große YouTube-Day und wir schauen uns heute gemeinsam mal an, was die Arche denn so tolles macht. Schauen mal, ob wir vielleicht auch Kalischer Candela treffen und denen mal ein paar Fragen stellen können. Weil die sind heute angeblich auch hier. Los geht's! Auf geht's! Was ist die Arche? Für jemanden, der gar keine Ahnung hat. Also die Arche ist wie so eine große Familie. Die Kitties können hier jederzeit herkommen. Wir sind ganz darauf dran, dass wir immer mit den Kindern ständig Beziehungen gehen. So, wir sind jetzt hier im Speiseraum und hier gibt's immer leckeres Essen. Wir sind jetzt hier auf dem Spielplatz oder am liebsten mit Spielen. Aber ich weiß nicht, ob ich da einfach so reinrein darf. Ja, wir spielen Hockey bei uns, Fußball, wir haben Kreatives wie Basteln, Töpfern, eine Holzwerkstatt, Gitarre spielen. Also es gibt ganz vielfältige und für jede Begabung. Trampolin mache ich ja nichts. Wollen wir da mal hingehen? Ja, ich kann nur mal hin. Trampolin? Wir müssen, bevor wir Trampolin springen, müssen wir erst Bernd fragen. Dürfen wir Trampolin springen? Ja, klar. Ja! Darf ich mit raus? Ich auch! Weiß nicht! Nur zwei! Nur zwei! Die Gute ist erst. Nein! Trampolin ist auf jeden Fall das Highlight. Schuhe aus. Oh, Sarah! Wenn du mit zwei gehst, ist es okay. Mit uns! Ja! Nein! Nee, du warst gerade drauf. Jetzt in den kleinen Kinderbereich. Was ist das für eine schöne Schürze? Nicht so viel, ne? Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Das ist schon ein bisschen... Ist das nicht so viel Farbe? Nein! Nein! Die Kinder dürfen entscheiden. Wo soll viel die Hand hinmachen? Gar nicht. Wir gehen nicht. Nicht auf Unterbild. Da? Okay. So rum oder? Ich glaube, ich schniehe das da rein. Boah! Wehe! So, ich interview jetzt professionell Kaltja-Gadrela. Wir wurden halt gefragt irgendwann. Und wir Archie-Botschafter werden wollen, weil die machen ja einen guten Job, aber die sind da abhängig auch von so, sag ich mal, Hackfressen, wie uns die ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, die halt auch Aufmerksamkeit erlegen und halt irgendwie auch bei den Spenden sammeln helfen und so. Alles, was wir so angehören, sind wir schon morgens auch immer so ein bisschen jünglich oder Kinder in der Öffentlichkeit, weil ich das wichtig finde, dass sie umgeholfen wird, weil sie können sich selbst noch nicht selber helfen und die sind aber so wichtiger Bestand ja in unserer Gesellschaft in der Zukunft, deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt schon halt halt stabile Führung haben. Bevor uns noch irgendwie fünf Leute gehört, haben wir uns immer gesagt, dass wir ja wieviel miteinander sind und Leute verbinden wollen. Und dazu gehört auch irgendwie, dass man da auch zu seiner Umwelt irgendwie was zurückgibt. Ist das besonders wichtig? Habt ihr da irgendwie einen Schwerpunkt? Ne, ach, es gibt... Also... Das ist jetzt so konkret. Also klar, ich finde es immer cool, wenn die 13 Angebote bekommen, weil sie halt eben Sport machen können, dass sie sich bewegen können, dass sie sich machen können. So ist es immer total wichtig und lassen, dass die halt nicht auf sich hängen und alleingelassen werden und irgendwie auch dumme Gedanken kommen. Und dass man auch so neue Möglichkeiten findet. Genau. Das ist echt ein Ort, wo die alle zusammenkommen und die Lyzeriden herrschen und die nicht Angst haben, sie schlagen zu werden oder sowas. Und das ist schon mal echt so gut, dass sie wieder haben. Sie rennt die ganze Zeit mit meiner Kamera weg. Ich hab keine Macht, Mann. Ich kann nix machen. Nein, ich weiß nicht, dass wir so hässliche Aufnahmen von mir hatten. So, wir gehen jetzt in die Turnhalle und machen dort eine Fragerunde mit Culture Candela und den YouTubern. Also... Nicht mir, glaube ich. Mal schauen. Los geht's! 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 Uns ist es ganz wichtig, die Kinder klag zu machen fürs Leben, das heißt, wir schmuren an ihrem Selbstbewusstsein, wir sagen ihnen, egal wer was sagt, ihr seid toll, weil das leben sich ganz oft in ihrem Alltag, das haben wir gesagt, du wirst nichts, du kannst nichts, deine Eltern nehmen Transferleistung, du hast blöde Klamotten und wir sagen, hey, egal, bis außen jemand sagt, du bist toll und wenn du dein Ding machen willst, dann machst du das. Es ist jeder willkommen, egal wie viel Geld die Eltern verdienen, jeder ist willkommen. Ja, wie fandet ihr es, was ist euer Fazit? Boah, war saugeil, hat Spaß gemacht, die Kids so zu sehen, gerade bei mir, die haben die ganze Zeit meine Kameras in der Hand gehabt, hatten richtig Spaß, auch am Filmen, am Rumprobieren und man hat wirklich gesehen, dass das dieses auch noch nicht unbedingt gemacht haben, aber super interessiert sind einfach und mega offen auch. Man hat so das Gefühl gehabt, die interessieren sich total für einen und suchen irgendwie auch Leute, die sich auch für sie interessieren. Ich hatte vorhin ein kleines Mädchen, die hat gesagt, sie will Tierpflegerinnen oder Tierärztin, denkt aber, sie schafft es nicht. Da habe ich gesagt, warum denkst du, dass du es nicht schaffst? Also probier es einfach aus. Vielleicht wird nicht alles funktionieren, aber auch wenn man einen Traum nicht klappt, denn dann öffnet sich eine weitere Tür, wo andere Möglichkeiten sich eine öffnen. Deswegen muss man einfach immer dranbleiben. Man hat zumindest versucht und ich glaube auch das Wichtigste ist, dass man was macht, was man aus einem Herzen macht, aus Leidenschaft, weil dann macht man es richtig, nicht nur halbherzig. Ich finde es auch super schön, dass hier den Kindern so viele Möglichkeiten auch gezeigt werden und ganz vielen Kindern auch total viel Mut gemacht wird, so durch die Sachen und durch die Unterstützung, die wir hier erhalten. Wenn sie viel gelacht haben, die Kids, ey. Das war cool, das war richtig cool. Dann, was ist auch schon mit diesem Video? Schaut bei der ARCHI vorbei, ich verlinke euch die Seite auch nochmal in der Infobox, lass vielleicht eine kleine Spende da und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss! Tschüss! Gleich kommt die Werbung. In 5, 4, 3, 2, 1. Kommt uns auf Instagram. Ich heiße cmal, ich heiße cmal, t-i-m-a-l, m-i-z-i. Und ich heiße auf Instagram t-i-t-a-l-e-z-c-i. Bei mir das gleiche, bei mir das gleiche, Izzi. Yo, ich bin Arayi. Und ich bin der Asis. Ihr könnt jetzt bei uns bei Instagram abonnieren. Mein Name ist Azo Izidi und er ist... Wandaido... Ein... Äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich heiße King Izzi. Also abonniert uns, wenn ihr es könnt. Tschüss! Tschüss!